Die Firma CAD Partner präsentiert Ihnen die SMAP 3D-Lösung Scan-to-CAD. Scan-to-CAD ermöglicht effektives Arbeiten mit Punktewolken aus 3D-Scans in 3D-CAD. Das dafür zugrunde liegende Laserscanning und die dabei verwendeten Laserscanner bieten heutzutage folgende Leistungsmerkmale. Eine Rundumsicht von 360 Grad mit einer vertikalen Sicht von 300 Grad. Ein Eindeutigkeitsintervall von 80 Metern Eine lineare Genauigkeit von 2 Millimeter auf einen Abstand von 30 Metern. Die Dauer eines einzelnen Scans liegt bei ca. 3 Minuten. Zusammen mit den notwendigen Rüstzeiten schafft ein Zwei-Mann-Team durchschnittlich etwa 60 Scans pro Arbeitstag. Eine 3000 Quadratmeter Halle kann somit in 2 bis 3 Arbeitstagen gescannt werden. Der Prozess zu Scan-to-CAD ist denkbar einfach. Mit einem 3D-Laserscanner wird eine Räumlichkeit oder ein Objekt gescannt. Die entstandenen Punktewolken werden in SMAP3D Scan-to-CAD geladen. Darin werden ausgewählte Geometrien rekonstruiert und ins 3D-CAD als Feature-basierende Geometrien exportiert. Die wesentlichen Funktionen von SMAP3D Scan-to-CAD sind Die Auswertung von 3D-Punktewolken durch effektive Rekonstruktionswerkzeuge. Der Export von Regelgeometrien aus der Punktewolke in 3D-CAD. Die Unterstützung aller gängigen Scanner-Formate und Typen wie ASCII, FARO, Leica, Optek, Riegel, Topcon, Trimble, Zoller und Fröhlich oder E57. Berechnung von fotorealistischen Darstellungen aus den Remissionswerten des Laserscanners oder aus den Farbaufnahmen. Schnelle und effektive Rekonstruktion von technischen Anlagen ausgelegt für gerade Rohrverläufe, Bögen, Armaturen oder Abzweigungen. Ein kostenloser Viewer